Wir können niemanden zwingen, sein Licht anzunehmen. Anzunehmen, dass er reine und bedingungslose Liebe ist. Zu akzeptieren, dass diese Wahrheit dessen, was er ist, für sich in diesem Moment anzuerkennen. Wir haben jeder in jedem Moment die Chance, diese Wahl zu treffen. Aber jeder muss sie für sich treffen. Oder nicht? Und du darfst jeden in Liebe dort lassen, wo er sich gerade befindet und wo er wohl dann auch sein will. Untertitelung des ZDF für funk, 2017